Nimmt man eigentlich Schaden? Kann man den Kerl eigentlich abknallen? Nee! NICHT? 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 Nee! Na wie was bei Killing Floor:"Hey Rüdi deine Pipe-Bomb!" Ja ik- bum! Jedes Mal inwärme eigene Pipe-Bomb gelachts read. Ja Das war immer recht nervig mit der Pipe-Bomb! Oder Martin? Da fahre uns grad extremen Schaden raus. Ich glaube dahinten hab ich doch immer indi-di-di-bum! AHFGHAHHH Und jedes Mal immer geil! Ist bei Guild Wars cool wenn du mit der Daumenm 좀 kaufen, also mit der dieser Ding der shotgun schießt fliegt dein charakter nach hinten weg wenn du so ein kleiner sucher spielst wir fahren geradeaus durch ja und ist ein schild ich sehe gerade kein schild jetzt kommt ein dozer name name make it also we're going away from you stoppics da vorne müssen wir wieder bohren da ist ein kroger schon weg keine muni 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 war für leer geschossen ja am jahr und nicht schon wieder tasern wo ist der blöde wo ein drängel irgendetwas tasert mich es ist immer Legen wir Munition auf den Truck Legen wir mal irgendwo ein Medipackchen Ja, legen wir mal ein Medipackchen Das Schild stört Ne, ich kann den nicht verbessern Gut, dann hat man ein Messer in den Besseren Boah, die Maus ist echt geil Ich kann meine Sensitivität runterschalten Munition, Licht Perfekt Bin gleich da und ich bräuchte mal Medik Moment Medik, Licht Scheiße, Mann Wo liegt die Medik? Die hat schon einer genommen Ne, ne, da liegt sie Doser hinter uns Boah, da frage ich mich nicht weit Zwei Schilde von hinten Ah, ich bin gleich platt Ich werde zwischen Truck und dem anderen Truck eingequencht Hier we go Vor uns ist ein Doser Ja, ich muss nachladen Und bin gleich platt Ich bin platt Wo ist der Jan? Da ist der Jan Bin ich platt Bin schon dabei Scheiße, wir müssen zum Truck nach Bei der Doser sind wir noch da Ja Ja Nerv mich nicht Jetzt durchrennen zum Truck Ich wurde getasert Ich wurde getasert Ich wurde getasert Auf der anderen Straßenseite steht er Oh, klasse, ich liege bitte Achtung, da ist ein Scharfschütze Jan, du stehst voll beim Scharfschützen drin Was ist jetzt kap... Jetzt Ich habe noch Handgranaten Sehe ich gerade drei Stück Der Scharfschütze ist noch da Pass auf, das ist ein Taser-Kerl Scharfschütze ist weg Rüdi, ich lichte mal ein Midpack Hinter uns ist ein Schiff Ja, Schublad Schublad Hat gerade jemand genommen Ich bin schon dabei Dankeschön Warum stehen wir eigentlich? Weil der blöde Truck nicht fährt Irgendwas schießt mich da von hinten immer wieder ab Ja Hinten nur dich Wir haben drei Schädel dahinter uns Scheißegal, ich beeile euch jetzt, dass ihr möglichst schnell dieses blöde Ticket kriegt Ich bin schon da Ich bin schon da Jeder noch mal Munition Ja, anliegt noch mal zwei Medipacks Dann nimmst du eins und ich eins Ne, warte ich jetzt erst einmal hier den Versuch das Schild auszuschalten Pass auf, da rennt einer mit einem Stunner Jan, wir haben die erste Nummer und die ZLM-Medic zwei Mal Ich jetzt gleich, Moment Äh, Han Äh, first doors, let's start before they come Hier und hier licht in needback für dich Pass auf, da hinten ist schon einer OCH NÖÖÖ Was denn? Ich hab einen Zivilisten gerade abgeknallt Ja Vom D ettieh. Next one hier ist die nächste Tür Ach, ich habe auch gerade einen Zivilisten gekillt. Ja, wir haben einen Kunden. 30 Sekunden. Ja. Leg mal bitte eine hier in eine Munitionskiste rein. Ja. Habt ihr schon oder macht ihr? Dicht. Wo? Wo ist denn hier ein Taser? Hab schon. Der Bulldozer ist auch weg. Ja. So, 4 Sekunden. Eine Sekunde. Kompliert. Gut, los, zurück, 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 zurück. Schnellst möglich. Schnellst du nicht? Ich dachte, du sollst es jetzt. House of Family. What? Did I say something bad? What? Did I say something bad? What? What? Ich muss nachladen. Ja, er läuft weg von da her. Perfekt. Jawoll. Erste Weltkraft.